Das ist ärgerlich, da hab ich nicht dran gedacht. Hätte ich die Feuer mal aufladen sollen? Naja, wir haben auch noch die andere, die Behutsamkeit für den Notfall. So. Da hab ich doch was gehört. Guckt euch das an da hinten. So. Die will ich echt nicht in meinem Nacken haben, die Dinger. Uh, ganz vorsichtig hier. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Bloß nicht runterfallen. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Ob es glaubt oder nicht. Ich mach hier so ein bisschen Tribüne wieder. Kann man hier schön runter gucken. Bekannt kommt mir das trotzdem irgendwie vor. Weiß auch nicht. Wenn wir da Fackeln sehen, dann wissen wir ja Bescheid. Allerdings sieht das noch nicht danach aus. So. Schon wieder armes Erz. Wir müssen unbedingt ein bisschen tiefer kommen. Das regt ja auf, das Zeug. Ich will es ja trotzdem nicht liegen lassen, irgendwie. Lacht mich ruhig aus. So. Aber da kann man hier immer schön drüber laufen und sagen, hey, guck mal da unten. Ach, guck mal hier. Ich find's ja interessant, dass diese Bienenstöcke hier keine Summgeräusche von sich geben. Und dennoch sind sie da. Die Rocky Beasts, das sind ja wirklich nur so, so ganz... Das sind ja wirklich nur so, so ganz, ganz, ganz simple Grundbienen. Hallo? Jo, Schritte. Das gefällt mir nicht. Dann ist... Sertus Quarz leuchtender. Jetzt mal auf, ich baue mal eine Brücke. Damit hier auch wirklich ein Skelett uns runterschubsen kann. Ne, warte mal. Hatten wir nicht mal Sticks? Hab ich mich wohl verguckt. So, erstmal nach Hause hier den ganzen Poppes-Gedöns hier. So. Und dann bauen wir uns hier mal vorsichtig drüber. In der Hoffnung, dass hier wirklich kein Scharfschütze steht irgendwo. Und wenn du es im richtigen Moment runterschubst, damit wir auch wirklich in die Lava fallen. So. Ich war ein bisschen scharf auf diese Scherben hier. Ob ich es glaubte oder nicht. Aber dafür kann man sich jetzt hier prima lang bauen. Und das sind Aluminiumbüsche. Naja. Mitnehmen tun wir sie trotzdem. Weil, ihr wisst ja nie. Man muss sie ja nicht benutzen. Hauptsache, man hat sie im Gepäck und dann ist gut. Ignorieren kann man sie trotzdem noch. Hauptsache, es heißt nicht Multi. Nimm das mit hier. Dann kann ich nämlich sagen, ja, hab ich doch. Gucke mal hier. Wat ist dat denn? Wat ist dat denn? Ist es das, was ich denke? Es ist, was ich denke. Warte mal. Ich mach mal folgendes hier. Ja, damit die Zombies auch schön hochkommen. Wir wollen es denen ja nicht zu schwer machen. So. Guck mal hier. Spawner haben wir noch gar nicht erforscht, ne? Und Mos Stone auch nicht. Müssen wir eigentlich mal mitnehmen. Allgemein, den Spawner. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das jetzt merken soll hier. Theoretisch müssen wir jetzt sagen, hier im Waypoint. Spawner. Zwei. Weil eins ist woanders. Ei, 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 ei. Wat haben wir denn hier? Ne Statfest. Nice. Zimberin. Enderlelisheets. Das trifft sich gut. Iridium. Kupfer. Eine Taumiumhacke. Keine Spitzhacke, nur ne Hacke. Das ist doch schon mal alles herzallerliebst. Vor allem die Enderlelisheets. Eine Eisenpferderüstung. Gunpowder. Mehr Iridium. Zinn. Gunpowder und nochmal ein Safari-Netz. Leider alles Single-Use. Das ist schade. Aber in Ordnung. So, was wir tun werden hier, ist uns mal eben... Wow! Den habe ich da jetzt echt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier auf Zombies gegeiert, aber nicht auf Creeper. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Hat man aber wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass ich das nicht erwartet habe. So, wir reißen uns natürlich hier mal eben den ganzen Moss-Stone hier raus. Ich weiß, es ist auch leicht machbar, den selber herzustellen. Mit Wasser und Cobblestones. Was ja alles irgendwie überhaupt kein Problem ist. Vor allem Wasser ist kein Problem. Ach, jetzt geht es hier... ...wieder runter. Headshot. So. Dieser Drawspeed, ne? So. Nein! Daneben! Eine der genauesten Waffen, weißt du? Penner. So. Der kann man hier prima... Hier ist auch Diorid drunter, ne? Seht ihr, das ist nur wieder... ...ein neuer Beweis dafür, wie böse Diorid ist. Wenn das einfach mal unter einem Spawner ist. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Was ist denn das? Ach, Diorid. Sind wir schon in der richtigen Höhe für Diorid? Das ist doch schön. Das können wir nämlich gebrauchen. Ob ihr das glaubt oder nicht. Kann man damit bestimmt was Gutes anfangen. So, Kohle, Erz haben wir schon. Kohle, Kohle, Kohle. Ähm, Kohle, Kohle. Ich musste mir mal einen Song ausdenken. Aber nicht für Kohle. Sondern wahrscheinlich wird es darauf hinkommen, dass ich was für armes Erz machen muss. Oder für Kupfer. Weil das so Sachen sind, die du ständig am Abbauen bist. So, da ist Kohle ja noch das, das, das wenigste Problem. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. So, jetzt wird es wieder Zeit ein bisschen... ...Platz zu schaffen hier. So. Dann müssen wir uns mal eben hier... Kommen wir so wieder raus? Ja. Nochmal Erz in der Wand. Guckt euch das einfach an. Wie viele Erze. Wir kommen einfach gar nicht dazu, irgendwas anderes abzubauen. Weil wir halt einfach ständig das, das Problem haben, dass wir, ähm... Oh, schadamt. Das ist nicht schön. Dass wir, äh, Erz hinter Erz finden. Ich müsste mich hier mal eben ganz vorsichtig runterbauen. Der Hoffnung, dass jetzt hier nichts lauert. Hallo? Hallo? Okay, hier ist clean. Bin schon wieder voll? Ich bin schon wieder voll. Glaubst du das? Also viel Jallorid war das ja jetzt nicht. Das ist ja enttäuschend. Aber irgendwas scheint hier noch zu sein. Ich baue mich mal vorsichtig hier lang. Nur ein Stückchen. Ach, verdammt. Unsere Spitzhacke ist auch... ...am Ende. Nehme ich mal erstmal die... ...Kriegen wir zwar Clean Stones. Na ja. Ich glaube, die Höhle werden wir früher oder später schon von alleine finden. Die ist wahrscheinlich irgendwo unter uns oder so. Vielleicht sollte ich das folgendermaßen tun. Darauf einfach mal verzichten hier. Diese Spitzhacke nehmen. Ich weiß, wir... ...wir haben die normale Durability jetzt. Das ist aber nicht so schlimm. Der eine Kobaltbarren, den wir dann da nutzen müssen, ist jetzt auch kein Weltuntergang, würde ich jetzt sagen, persönlich. Der muss man halt nochmal reparieren und gut ist. Aber ich möchte irgendwie... Wobei wir auch mit Behutsamkeit abbauen können. Wisst ihr was? Sie bauen trotzdem mit Behutsamkeit alles ab. Dann bauen wir das zu Hause halt ab. Ich meine, das spart eh Platz. Letztendlich. Oh! Alter! Ich fühle mich halt gerade überhaupt nicht sicher. Weil hier überall hinter den Wänden... ...Mobs sind. Das Problem ist auch, dass dieser klebrige Johnny hier nicht so viel Abbaugeschwindigkeit hat. Haben wir noch... Ja, könnten wir noch Redstone drauf tun. Sollten wir vielleicht auch machen. In naher Zukunft. Oh, guck mal, hier ist noch mehr Jellorid. Das wird dasselbe Erd sein, nur halt hinter der Ecke. Das kann sein. So, das lassen wir jetzt mal gepflegt da oben stecken. Denn ganz ehrlich... Das ist jetzt nicht so schlimm. Also hier muss definitiv ein bisschen Geschwindigkeit drauf, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir so noch nicht. Das macht mich nur gerade ganz kürre mit den Skeletten. Ich weiß, wir sind sicher. Ich fühle mich aber irgendwie nicht sicher. Sackte er und fiel in den Tod. So. Weil er, äh... Die erste Minecraft-Regel, Never Dig Down, ignorierte. So, das habe ich jetzt einfach mal nicht gesehen da. Werden aber schnell voll, ne? So. Ja! Uiuiuiui. Da müssen wir so schnell wie möglich gleich mal hin- und ausleuchten. Wer weiß, ob da alles noch um die Ohren fliegen könnte. Wer weiß, ob ich einen Creeper gesehen hätte. Äh, bemerkt hätte. So. Ich würde ja gerne weiter gehen, aber ihr seht ja, wie viele Ärzte hier noch kommen. Ne, das war ja jetzt sinnlos. So. Aber hier kann ja gar nichts mehr kommen. Höchstens nachts. Aber es ist nicht nacht. So. Dann würde ich mal folgendes tun, ganz kurz. Ich werde mal hier diese Tribüne etwas dicker machen. Damit wir hier nicht so, ihr wisst schon, nicht plötzlich hier so reinfallen. Das muss ja jetzt nicht sein. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020